Ja, mein Name ist MC Florian. Liked, abonniert, denn heute geht es um einen Jungen auf Facebook, der immer wieder große Klappe hat. Hallo Nils, das ist keine Regel, das ist keine Qualifikation oder so, ich schlage dich K.O., wir bleiben menschlich. Du hast große Fresse, dabei geh nicht und du bist hässlich. Du lachen, komm ich doch mal an, ich klatsche dich gerade weg hier, in diesem Reime, du bist ein Wasch.